herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei wettdok gamble ich bin heute mal wieder mecha arena und es ist ja die neue saison gestartet deswegen bin ich wieder in der zehnten liga mit null punkte und wettbewerb geht noch nicht erst in vier stunden dann würde ich sagen ich spiel einmal hier was spiel ich denn? konflikt 5 gegen 5 und 2 gegen 2 ja machen wir es so dann viel spaß die erste runde geht los der konflikt ich starte mit ihnen hier hmm getroffen kaputt down is er auch und Und? Ja, ganz knapp. Jawoll, aber es sieht nicht gut für uns aus. Ja, das ist ein WQ. hohahaha uchahaha schön der ist getarrt jawohl das sieht doch mal richtig gut aus die sind so röken die sind ok wir wollen ärger haben ja 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 schnell ich das gibt es doch nicht die anderen waren alle dauer ach mensch das sah nur kurze Zeit so gut aus und dann alle dauernd ich war der beste aus unserem team aber der beste von allen nur bg money du hast gewonnen ok dann würde ich mal sagen geht es weiter nächste runde gut die nächste runde 5 gegen 5 geht jetzt los und ich fange mit ihnen jetzt an zack 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 So, der weg, der weg, der weg, der weg, oh, der weg, oh, hilfe, Mama mia. Ja, das will ich nicht mehr schaffen. Die S-Runde ist verloren. Ich muss mit denen nach links gehen. Meine Waffe ist auf der rechten Seite. Oh, ein Nachlager. Verstecken, solange ich nachlager. Oh, der war schon da. Hi, Jim. Hi, Jim. Wie, erst mal die Minen alle weggeräumt hier. Ah, der ist auf dieser Map nicht so gut. Oh, der ist auf der rechten Seite. Oh, der ist auf der rechten Seite. Ah, verloren. Schade, 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 schade. Da schauen wir mal, wie die Bewertung ist. Eine Goldmedaille. Ja. Ich war der Beste aus meinem Team. Insgesamt nur der Viertbest. Ui. Egal. Niederlage. Zweite Niederlage. Jetzt kommt ein Sieg. 2 gegen 2. Das muss ich einfach gehen. Let's go. Okay. Und die 2 gegen 2 geht los. Das ist alles erst. Das fange ich an mit den. Super. Mit den ja. Mit den T-Rex. Oh, ich alleine gegen 2. Oh, das war gut. Das wird schön. Da freue ich mich schon. Links und rechts. Okay, dann muss ich zu einer Seite hin. Okay. 1-1 vom 1-1. Hm? Ja, okay. Jetzt muss ich ja mit der Artillerie anfangen, aber die lasse ich hier hin. in dieser Runde aus. Weil ich glaube, das wird nichts mehr Artillerie. 1-1. 2-1. 2-1. 3-5. 5-5. 9-9. 10-8. 10-8. 10-9. Ah. Bisschen spät... Verloren! Heute ist der Tag der Niederlage Der Tag der Niederlage Ah, gut! Ich muss den einnehmen Ich muss gleich stunnen Der steht ja da Mensch! Mensch! Das gibt's doch nicht! Oh, dass er sich wieder nicht prägt! Oh, das ist der Tag der Niederlage Oh, das ist der Tag der Niederlage Naja... Wieder verloren! Gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Die Bewertung Wo ist denn der zweitschlechteste heute? Na gut! Dann würde ich mal sagen Das war's für heute! Ich sage Dankeschön für Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß! Und auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!